Servus, Mario aus Thailand, Satterhip. Meine Honda WF hat einen Platten. Auf österreichisch am Patschen. Der wird jetzt repariert. Schauen wir sich das mal an Leute. Auf geht's. Oh. 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 Haha! .. .. .. .. Okay, change. Okay, change. Super. Haben wir schon das Problem. Hier beim Ventil. Hier beim Ventil ist das Problem, Leute. Hier beim Ventil. 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 Vielen Dank. 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 Okay, liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Recht herzlich willkommen den neuen Abonnenten meines YouTube-Kanals. Vielen lieben Dank an alle, die bereits abonniert haben. Die nicht abonniert haben, abonniert bitte, es ist kostenlos. Gebt mir bitte ein Like auf meine Videos. Tschüss, 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 servus, Mario aus Thailand, sabta hip, tschüss.